Hallo Minecraft-Freunde, weiter geht's in Magic Farm 2 und ich bin im End. Ja, ich bin schon durch das End-Portal geöffnet und hab völlig vergessen, dass ich die Aufnahme noch starten muss. Na gut, es war ja nur ein kurzer Moment sozusagen. So, und wir stellen fest, das hier sollten wir nicht machen. Wunderbar. Ender-Lilis! Wir brauchen Ender-Lilis! Hier ist alles voll mit den Dingern. Ah, ich hab einen Ender-Männer. Juhu! Und sehr viele Ender-Männer. Das nehmen wir gleich mal mit. Ja? Oh, wir hätten ein Bienennetz mitbringen sollen, hier ist so ein Ender-Hive. Okay, ich nehm die Ender-Lilis mit. Ähm, jagt ihr mal den Drachen, ich nehm die Ender-Lilis. Daffy, du kümmerst dich da drum, dass das Zeug von, dass die Dinger oben kaputt sind und ich tu meinen Raketenwerfer, wenn der denn funktioniert, auf den Drachen bestellen. Okay, ich schau mal, dass ich da alles mögliche greffe. Mach, wenn du alles kaputt hast. Okay, das ist kaputt. Und ich sollte vielleicht zwischendurch auch heilen. Wir haben ja hier, äh, sehr, sehr, sehr viele... Eigentlich ist es ja ein bisschen cheat, ne? Wir können so hochfliegen, wie wir wollen und ausweichen, wie wir lustig sind. Äh, das ist nicht cheat, das ist Mod-Pack-bedingt. Ja, ich heile erst mal einen Moment, bevor ich die nächsten haue. Vor allem, der Drache, guck mal, der fliegt die ganze Zeit nach oben, weil er mich kriegen will. Und ich fliege einfach auch nach oben und ich weiß, dass ich höher kann als der Drache. Ähm, wie lange dauert denn das, bis man heilt? Weil die Dinger machen ganz schön Damage, wenn man die kaputt macht. Naja, das müsstest du schon schaffen, Mythos. Hättest du ja auch Heiltränke machen können. Juhu, Bogenskills. Ah, wirklich mal weniger Damage. Ich lass mich mal fallen und bring den Drachen mal wieder mit nach unten. Äh, nein, ich hab keinen Bogen. Ich hab den sogar getroffen, aber... So kriegt man weniger Damage. 300 Blöcke? Wie hast du das abgestellt? Ich bin da höher geflogen und weil der wollte was von mir, jetzt kommt er langsam wieder runtergeschraubt. Irgendwann kommt er schon wieder. Das ist mein zweiter Endkampf überhaupt. Ich hab noch niemals gegen den gekämpft. Okay. Ich hab noch nie alleine gegen ihn gekämpft. Also viele... Das erste Mal war ein Pisten aus Survival und jetzt ist es das zweite Mal. Äh, ich glaube, ich hab so ziemlich... Wo ist denn der Drache jetzt? ... alle von denen zerstört hier. Meine ganz blöde Frage, kann man den... Ja, also... Kann man den Drachen eigentlich... Äh, sind die alle kaputt? Ich glaub schon, also... Sollten sie, ja? Ja. Ich hab eigentlich alle erwischt. Meine Momentlichkeitsbogen... Okay, ich hab den Drachen eingegeben. Wo ist er? Da. Vorsicht, ich verschieße Raketen. Nee, ihr solltet nicht hinter den Raketen sein. Ach, es macht doch auch Spaß. Äh... Komm her, Drache. Wow, hast den aber gut getroffen jetzt. Die sind selbst... Äh, die sind selbstzielend. Ich muss da nur noch ne Weile drauf zeigen und dann treffen die von alleine. Okay. Ja, okay. Wenn... Wenn es die denn mal abschießt. Äh... Ja, zahm. Der hat Angst vor mir, glaub ich. Ah, falsch, 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 falsch. Ah, 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 ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Juhu, ich mach mal was, Nick. Flick in mein Schwert, bitte. Ich will auch was machen. Irgendwie bin ich gerade zurückgestoßen worden, aber es ist mir egal. Ja, Metas, das liegt daran, weil du in meine Raketen fliegst. Macht nix. Wah, weg von mir. Komm her. Ah, falsche Taste. Jedes Mal krieg ich auf die falsche Taste. Ich will das Schwert haben. Das Schwert ist auf der 3. Ich soll es mir vielleicht aufschreiben. Mist, ich hab den nicht getroffen. Komm her, komm her, komm her. Komm, jawohl, jawohl, jawohl. Ja, ich hab mit dem Schwert drauf getroffen. Ich auch. Ein paar Mal. Also, ich hab bis jetzt jedes einzelne Mal getroffen, ne? Also. Ja, aber mein Schwert ist nicht selbstverfolgend. Eben. Die suchen jetzt hier selber. Ja, da, klar. Mach dir doch auch. Da wäre eh Infinity drauf. So, halt, halt. Ich will den letzten Schlag geben. Halt, ich hab den letzten Schlag mit einer Rakete gemacht. Ich hab schon eine Rakete verschossen, ne? Ja. Jawohl. Das war meine Rakete. Okay. Oder mein Pfeil. So, wo ist jetzt das Teil? Das müsst ihr jetzt hier gleich spawnen. Ja, da ist es. Da ist es. Und ein Ei. Das ist mir, dass du reingefallen bist. Das ist mir nämlich auch passiert mal. Mythos, ein Ei. Ja, und ich hab eine Niederperle. Ja. Juhu, level noch über 60. So, das Ei nicht anruhen. Das machen wir mit dem Piston dann. Aber wir müssen den Piston da wegschieben, dann droppt das. Ach, wirklich? Ja, 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 tu das, tu das. Guck mal, wenn ich da Rechtsklick mach, dann fällt das hier rüber. Und wenn ich's nochmal mach, dann ist es wieder woanders. Warte mal, der Enderman ist sehr stark, glaub ich. Welcher? Ich hoffe, ich bin auf, auf mich böse zu sein. Wo bist du eigentlich? Äh, der da ist es. Du gehst weg hier. Der, genau der ist das gewesen. Das war der einfachste Endkampf, den ich je gemacht hab. Ja. Echt jetzt? Und ich muss essen? Du hast allgemein recht wenig Herzen. Ja. Bei mir sind sie jetzt auf einmal auch alle wieder verschwunden. Ich bin mal, ich bin mal grad etwas weiter oben. Wieso hab ich jetzt auf einmal Tintenfischbeutel in meinem Winter? Ich hab fünf gelbe Miniherzen. Könntet ihr euch mal mit dem Enderman anlegen, damit er von mir wegkommt? Mit welchem? Methos, mit welchem? Äh, der, der immer Ärger macht. Der, der mich hauen. Bei mir macht keine Ärger. Okay. Endermänner sind lieb. So. Du, Methos, irgendwie, ich weiß nicht, aber irgendwie, naja, der Endkampf gerade. Ich meine, zehn Raketen und dann ihr zweimal draufhauen und das war's. Ach nee, ich hab's ein bisschen häufiger getroffen. Kann ich dir versichern. Echt? Also, da haben wir mit den Mobs im Nether teilweise mehr Probleme. Äh, den, äh, Endermanstock, da sollten wir vielleicht auch noch mal wiederkommen mit dem Netz. Mhm. Wir sollten allgemein mal wiederkommen. Wir könnten ja am Ende mal was bauen. Naja. Können wir tun, ja. Bin ich jetzt hier... Tue ich jetzt erst mal Enderman. Ich nehm... Wegpunkt... Ah nee, Wegpunkt brauch ich hier eigentlich nicht. So, es gibt's nur die, die halt da sind. Ich glaub, es gibt nur die, die da sind. Hm. Ich weiß es nicht. Ja, dann fliegen wir ein bisschen rum. Sollten wir mal in den Dicks gucken. Was ist das denn für ein Enderman? Mio. Ach, die haben hier teilweise so richtig schöne Farben. Peter, weißt du, wie cool das wäre, wenn man die Zeit dafür hätte, was für Zeug, was man machen will? Bitte was? Und warum kommen meine Grafiker immer dann online und wollen was von mir, wenn ich aufnehme? Immer. Ausschließlich dann. Hause. Ja, keine Ahnung, Jammer. Nee, ich will die aber halten, Daffi. Ich mein, die sind ja nicht ganz nutzlos. Oh, hier sind wir einfach mal... Die sind ihren Sauerstoffverbrauch fast wert. Okay. Und was ist mit trinken und essen? Naja, das Zeug, das braucht ja auch Sauerstoff. Auf jeden Fall nehm ich, nehm ich, ähm, Enderleys. Guck mal, wenn du zum Beispiel eine Kuh isst, die hat ja auch ihren Anstieg den Sauerstoffverbrauch. Ja, ja. Wie viel hast du bisher? Ich hab 14, 15, 31, 16, 17, 18. Oh, ich habe einen wütenden Super Enderman. Ich werde, glaube ich, nicht mehr landen. Ach. Kuschel doch ein bisschen mit ihm. Ah, nee, irgendwann hauen sie von alleine ab. Sie geben irgendwann selber auf. Jetzt nervt mich doch nicht. Der hat gerade meinen Schatt geklaut. Echt jetzt? Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ja, ist es. Das gebe ich offen zu. Du bist es, oder? Duffy, du hast ihn auch gerade gesehen. Nee, ich glaube, das ist der, der mich schon die ganze Zeit verfolgt. Aber das ist irgendein Normaler. Da schreit mich kurz an und teleportiert sich dann wieder weg. Wisst ihr, was mich mal interessiert hätte? Kann man den Enderdrachen in so einem wiederverwendbaren Safari-Netz fangen? Und wenn, ja, was passiert, wenn wir den in unserer normalen Welt in die Kammer mit dem Grindr da stecken? Das werden wir wohl nicht mehr rauskippen. In der Trache futsch. Ich glaube aber nicht, dass es gehen würde. Es passiert manchmal im Multiplayer, dass das Ding respawnt. Okay. Also, ich meine, wir haben jetzt 30 Jahre... Oder du machst das End nochmal neu. Ja, ich könnte einfach ein Backup nehmen, so von gestern oder so. Ja, genau. Ja, was heißt Backup? Du brauchst ja quasi nur das End neu generieren lassen. Ja, eben, aber das ist ja trotzdem ein Backup. Neu generieren lassen? Nein, dann nehme ich ein Backup. Wenn ich schon jeden Tag eins mache und damit meine Platten zu will. Okay. Geht ihr noch Enderdrachen, Lillys? Ich glaube, die wachsen nach. Echt? Da sind wieder zwei. Die wachsen nach, wirklich? Sicher, dass ihr mich einfach nur übersehen habt? Zumindest... Könnte auch sein. Gewitter im End? Hier war was Böse. Hier war was Böse gerade. Ganz böse. Blöde nur kuscheln. Ich traue dem Braten nicht. Ja, aber ich meine, wir hätten jetzt alle weg, oder? Glaube schon. Moment, hier ist noch eine... Vielleicht ist ja hier unten drunter noch was. Vielleicht wächst ja unter End. Ey, guck mal, unter das End, da wächst Zeug. Was? Echt jetzt? Okay, ich komme mal hin. Doch, wie ging denn dieser Schwebemodus? Das war doch C, oder? Was für Zeug wächst denn da? Dann kann ich jetzt mal gucken, was da jemand von mich wollte. Äh, das ist einfach nur Obsidian. Ja. Das ist Obsidian. Und was? Was zur Hölle? Ist das, das... Nee, das sind nicht meine Partikel. Wieso schweben hier Partikel in der Luft? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich sie verloren. Okay, äh, nein, hier ist nichts. Die Partikel sind weg. Ja, sind weg. Vielleicht hast du ja auch vom Enderman eins gekriegt, weißt du? Dass die... Dass es vielleicht noch keine Partikel waren. Wofür braucht man denn zum Beispiel diese dunklen Wolken? Äh... Causes lightning strikes? Äh, die Wolken machen Blitze! Wow! Der ist böse auf mich. Dacht schon, das wäre ich jetzt mit meinen Wolken anbauen. Nein, nein, unser Ei ist teleportiert. Ja, das teleportiert sich nur in einem Umkreis von ein paar Blöcken. Okay, dann ist ja gut. Wo bist du eigentlich? Ach, da drüben. Ich schätze mal, das hat irgendwie Schaden gekriegt oder so, dass es sich deswegen teleportiert hat. Von diesem bescheuerten Enderman. Leute, ich habe fünf gelbe Herzen und ich habe keinen einzigen Kanister mehr. Okay. Das ist schlecht. Wieso hast du keinen Kanister mehr? Weil das Zeug, die spawnt ist, als man... Denken wir... Also, Inventale ja, wegen Serverabschmieren. Okay. Ich, äh, ich mache mich durchs Portal zurück. Ich nehme ein paar dunkle Wolken mit, weil da steht dabei, dass man, dass die Blitze machen. So, okay, ich mache mich zurück. Ich bin zurück. Wann auf mich! Weil die sind, die sind ziemlich sauer auf mich gewesen. Wir sollten für... Wo ist denn das Portal? Okay, ich dachte schon, der Enderman wäre jetzt auch hier, weil, äh... Soll ich ihn dir mitbringen? Ich glaube, die sind tatsächlich hinterhergekommen. Schön. Wieso habe ich jetzt auf einmal Slownest drauf? Zimmer. Nein, du bist nicht sehr stark. Dich kann ich alle machen. Meinst du den Trick mit der Fackel? Und du? Dich kann ich auch alle machen. Theoretisch habe ich mal was gesehen, dass wenn ich hier... Okay. Also ich weiß nicht, ob der Trick so funktioniert. Ich habe es nur mal so gesehen. So, ich gehe zurück zur Basis. Jama? Und wir werden auf jeden Fall noch mal ins End gehen. Äh, nur nicht heute. Jama? Und werden dort, äh, noch mal... Jama? Wer hat eigentlich die ganzen Punkte eingesammelt, frage ich mich. Ich habe 39 Level. Wollte ich nur mal wissen. Äh, ich hatte... Ich hatte über 60 und dann habe ich dieses Kunde supervieh gehauen und jetzt habe ich 16. Äh, weil ich habe irgendwie... Nur 4 Level. Jama? Ja. Das mit dem Ei ging mit einer Fackel, oder? Äh, wenn du die Fackel unter das Ei kriegst. Okay, ich habe das Ei dabei. Okay, ich habe die... Dann einfach durchs Portal? Ich habe die... Enderperlenfarm jetzt erweitert. Ein wenig. Ich habe... Ich habe noch 33 Enderlilies. Ja, das kann man ja dann noch ein bisschen erweitern. Dann einfach durch das Portal, das generiert wurde, oder? Wir haben einen Walrus! Ja. Wir haben einen Walrus! Ja, das... Das habe ich das letzte Mal gecraftet. Juhu, Credits! Wie niedlich ist das denn? Nooo! Oh, ich bin halt so knüchig. Das ist nicht wahr, oder? Nicht Ofen. Mithaus! Ja? Mithaus! Hier, schaust du. Ich Walrus! Du hast das Ei. Ich habe das Ei. Da müssen wir... Machst du erstmal ins Dings hier rein. Im E-S-E-S-E-M? Ja, und da bauen wir ein Podest für. Ja, das heilige Ei. Genau, da bauen wir ein Podest für. Äh, unser Zeug müssten wir wiederholen. Ja, das werde ich jetzt auch machen. So, und war... Und war... ...teleport du? Genau, Ender-Portal. Das hier war meine bescheidene Kiste. Ich habe meine Ender-Lilys mal hier verteilt. Äh, es gibt jetzt keinen freien Fleck mehr ohne. Ich habe noch 16 Dinge im Inventar. So. Das hier ist Mythos-Bescheidene Kiste. Da ist nicht mehr viel. Sophie. Ja? Es gibt so ein... Oh, warte mal. Ich muss mal ein bisschen... Ähm... Moment. So. So. Das heißt, das mal... Schmeichle mal die andere noch hin. Da. So. Ich frage mich immer noch, was mir zweimal Tintenfisch-Sacke gegeben hat hier. Okay, da geht nicht mehr. Tintenfisch-Beutel heißen sie ja. Okay, ich glaube, ich habe alles. Das ist schön. Aber das lassen wir trotzdem hier stehen. Mhm. Und, äh... Ich mache mich wieder nach Hause. Hm. So, und, äh... Was? Mythos geht nach Hause. Nein, ich will doch gar nicht da rein. Ich will doch gar nicht da rein. Mythos geht nach Hause. Natürlich muss es regnen. Ja, warum auch nicht? Mythos, bei mir schaust du immer noch sehr verletzt aus. Echt? Ja. Jo, keine Ahnung. Also, ich bin auf jeden Fall... Ey, wie kann ich nur mit, dass du bist im Binnen? Das weiß ich. Ja, fehlen aber noch ein paar geilen. Warum habt ihr alle so viele Herzen? Und ich habe mit meinen Kanister maximal vier gehabt. Warum macht ihr mir nie Kanister? Ich tue immer alle möglichen Herzen rein, aber mir wird nie ein Kanister gemacht. Ja, mal gucken. Werden wir dir auch noch welche machen? Ja? Werden wir dir auch noch welche machen? Wieso habe ich Kartoffeln? Schon wieder. War das ein Wassergeizier? Wo habt ihr denn den her? So, das kann auch gleich machen. Haben wir gecrafted. Komm mal mit, Yammer. Dann hätte ich theoretisch alles wieder. Yammer, andere Seite. Nein, ich baue jetzt mal einen hin und gucken, was der macht. Wir haben doch hier draußen welche. Was, was, was machen wir? Wie geht denn der an? Was denn? Ciao. Oh, wer redet ihr? Komm zu mir. Wo bist du denn? Hier. Komm noch. Ja, und die machen. Oh, wie cool. Oh, kann man das Walross in die Mitte setzen? Können wir schon machen. Und das Schöne ist, wenn du hier unten hingehst und einfach mal reinläufst. Oh, ich backe jetzt momentan ein bisschen hin. Ja, geil, ne? Oh, was macht denn hier so viele coole Sachen? Und vor allem ohne mich? Okay. Wir stellen fest, Yammer hat auf jeden Fall seinen Spaß. Peters, ich habe noch mehr Ender-Lily-Seeds, aber hier ist kein Platz mehr. Da müssen wir eine Ender-Lily-Farm anlegen irgendwo. Hier auf der Seite, guck mal, hier. Genau. Jedenfalls hat sie Hilfe. So, ich habe immer noch Ender-Lily-Seeds, aber hier ist kein Platz mehr. Ich gebe auf. Hast du noch mehr davon? Nö. Dafür hast du noch welche? Ich habe sie alle die Arme hingeworfen. Ach so. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Meine Fressa, wir haben jetzt viele Ender-Lily-Seeds. Moment. Da machen wir noch einen Screenshot. Von den Ender-Lilys. Sag tschüss. Tschüss. Yammer sagt tschüss. 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 ITCHES. Untertitelung. BR 2018